ja Ich krieg irgendwie nix zu sammeln Du musst etwa hier stehen Ja, tue ich Ja Paddy nein Paddy Ah, ich hab 5 Fische Ohne Angeln fängt ich an jetzt Paddy, soll ich Steuern drücken Was ist das? Panda jetzt auch? Panda du jetzt auch Da dann Ich guck vorne Nein, ich hab vorne Dann zum Auto Ich hocken Nein Ich hab vorne Ich hab vorne Ich hab vorne Nein Scheiße Uh, Paddy will vorne hocken Ja Dann zum Auto Dann 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 zum Auto Ich Ich vorne hocken Ich hoffe mal wir verdienen genug Geld mit 5 Fischen Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' so viel Ich hab' Ich hab' sich einmieten, oder? irgendwo bestimmt Ja klar, das ist Fahrschule Weißfahrt das mit 150 Noll Noll Kreisverkehr Geil Richtig geil Ja Aber sie scherzt Es ist wird sogar den Kilometer Hier ist sogar die Bauung schon Warte, dass sich das sogar die Kilometeranzeige Alter Aufsiemannsüber auf Hier gibt sogar 5 Hier gibt sogar Super hier gibt verschiedene Dings Hier stimmt Benzinssorten nachdem wird es ja auch zu werden ausgesucht ich war er war sicher weil ich gebannt wurde was sie bis jetzt essen ein ich habe nicht einen Moment wurde müssen einen Moment warten ach so die Fakt so viel zu so gut abgeben schon durch die Stadt geschehen es ist Geld ich glaube jetzt nur das war noch ein fettes Cheeseburger Tübel Europäer ja man wer von euch war jetzt im Minus Alter ich du bestimmt nicht ich Juli was ich weiß nicht ganz raus Warte nein Spaß so ab alte Wiedler die Gegeben 2 okay wie bleibt er liegen hier 50 sich die ob 800 wir haben ich habe es mal danke die 30 die denke es mal die und sie ist ein anderes mal ich bin die hat die 200 gegeben ich bin klar aber 30 Dollar im Fluss ist ja dann mein ich damit auch jetzt was sie im Job und jetzt Flash Slash verkaufen Fisch 1 bis 5 1 2 3 Bist du dumm du sollst eingeben ist 1 1 bis 5 es gibt es auch hier und ich habe das 28 3 mitgemacht ach so stimmt ja okay okay ich habe 100 Dollar bekommen ich habe ich habe 28 ich habe nur es ist von es ist von was du lieb 4 hierher kommen 4 ein Moment du musst es wiederholen was fünfmal mit immer einer anderen Zahl ein Wurst und 4 Dollar bekommen ich mach nochmal mit ihr habt wenn ein bisschen schreibt dann steht dann nur dass sie eins habt ihr müsst jede Zahl einzeln machen das Prozent Jolie du kannst die Verständlichkeitspläne seit sie müssen es machen schlecht verkaufen Fisch 2 und auf der Streit nach 4 noch zu schützen die Karte war jetzt von dem Auto ist es wieder Fünf Ja okay jetzt hab ich 926 Das heißt ich hab 100 Paddy Setz dich hinten hin Ey jetzt rückt plötzlich die Tankseule halt so Jaaam Juri du Ritschnäger Ab Weiß ich nicht ich bin weil ich finde es für cool dass die uns ist zeigt als wenn sie überhaupt eine Frau ist oder ja ja mason mason in aller Zeiten ja ach so fahranfänger er hat das ist der Kreisverkehr nein hier nicht sie umfährt ihn einfach nein kommt der Kreisverkehr oder? Alter Momlek das ist jetzt so alle das muss ich nachher nochmal in der Aufnahme angucken was angucken? den Move also ich hab nur noch 14 FPS was ist jetzt los? Alter Juli dein PC ist eben schlecht ne? dann nimm du halt mal auf wieso war da sind mir stehen geblieben ja seht wir auf die Nummer steht Drive 6 warum das und das das sind Drive 5 Drive 6 nein das ist ne 6 ah 5 das ist 5 so eine Mischung aus 5 und 6 ja oh mein Gott wir sind 1 Meter gefahren ja muss er mal MTS kurz schreiben mit nem Elben ah ok ok kein Problem kann der Armee sagen ok ah ok ok kein Problem Juli Juli schreibt sie grau keine Ahnung Juli schreibt einfach mal in Grau schon ich geb einfach mal die ganzen mal im Zettel ein also warum legt es bei mir ja legt sie ja ja warum weil wir gerne haben lange 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 als nur 1 1 1 1 1 ja Max Klappe jetzt echt ja 1 die ey kommt sie nicht klar alter Junge ich habe mich jetzt hier hin Juli geht es jetzt bei dir scheiße bei mir ist die Leine gerissen du hast eine Jacke gehackert ich hab mal eingefangen COME lap keeps leine gerissen äh du kannst weiter machen wie ich hab ich hab ich hab Geldbeutel geangelt mit 50 Dollar drinnen oh wie geil ist es vorne ist es vorne Mein Auto ist es vorne bei mir sind schon wieder Angel gerissen ach nee jetzt wir haben hier die städte ja das ist übel synchron komm ich kann keine hupe drücken ne 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 ich seisse wie auf Juli oh ihr seid scheiße Juli steck mal ein das ist wahrscheinlich mein internet wieder wo jetzt abkackt wow oh wen interessiert aber einheit ja Pati ach du die Stoßstange ist ein bisschen zu hoch ja jetzt habe ich wieder normale FPS oh man